Schatz, aufstehen. Bitte, Träumer zu schütteln. Nein! Grace, der Hund! Böser Hund! Hast du dich jemals... Bruce Nolan, immer da, wo's passiert. Hey, unser durchgekleider Bruce! Überflüssig gefühlt? Bei den Nachrichten tragen wir keine Haarnetze. Gott, wieso hat's du... Hast du jemals gedacht, das Leben... Was macht jeder? ...sei ungerecht? Hast du dich jemals darüber beschwert? Du meinst, Gott will dich nur ärgern? Was soll das? Der Einzige hier, der seinen Job nicht macht, bist du! Du musst Bruce sein. Wer sind sie? Ich bin Gott. Bitte. Okay, wie viele Finger zeig ich gerade? Sieben. Haha! Du hattest ja eine Menge an mir auszusetzen. Wenn du glaubst, du kannst es besser, hier ist deine Chance. Wenn du dieses Gebäude verlässt, dann wirst du die gleiche Macht besitzen wie ich. Komisch, ich bin heute Morgen aufgewacht und hätte schwören können, dass mein Buden viel größer ist. Bist du erst größer geworden? Nicht leicht. Macht's dir Spaß? Komrocesseur von Der Dummschwätzer. Du hast den Job angenommen, also kümmere dich auch darum, Bruce. Sie haben gebetet. Kommt eine Geschichte über die höchste Macht. So groß hab ich den Mond noch nie gesehen. Das sollten wir ausnutzen. Göttliche Intervention. Sam? Und der Beweis dafür? Ich bin Erwin Baxter und hier sind die neuesten Nachrichten. Dass der Himmel... ...höllisch viel Humor hat. Scheint, als könnte mein Kollege ein Glas Wasser vertragen. Jim Carrey. Du machst meinen Job jetzt über eine Woche. Wie vielen Menschen hast du geholfen? Aber ist ja egal jetzt, da du tot bist und so. Ich bin tot? Ach, das war nur ein Witz. Bruce Allmächtig. Ich glaub's nicht. Bruce Allmächtig.